Jetzt ein Video, wie ich mein Video gucke und darauf reagiere. Los geht's. Hey Leute, ich bin euer, neuer Lieblings-Hurensohn. Ich liebe Olga Sess, ich liebe G-O-S. Voll den großen Schwanz. Ich liebe S-M. Und meine Wand. Ihr dürft nicht wissen, wo ich wohne. Tja, sowas find ich auch ganz nice. Und hier. Das ist eine Richtigkeit in die Berthe. Random Shirt von Mia. Random Shirt von Mia, meiner Schwester und Tiddy Boy. Zeug, das ich in der Schule gemacht habe. Für den Film Ice White Shirt. Gertzschi hört der geile Stecher aus Ferry Channel. Gertzschi hört der geile Stecher aus Ferry Channel. Gertzschi hört der geile Stecher aus. Gertzschi hört der geile Stecher aus Ferry Channel. Steroide dürft natürlich nicht fehlen und der Hitlerbauer. Ja Leute, so sieht's aus. Perfekt. Tja und das soll nur zeigen, dass ich meine Videos natürlich selber gut finde. Und nochmal um zu unterstreichen, dass ich mich selber... Ich glaube ich muss dazu gar nichts sagen. Because... Oh yeah, das sieht nicht nur sie so. Bitch.